Guten Abend zu euch, einen schönen guten Abend euch. Einmal vor langer, langer Zeit in einem weit entfernten Land. Da habe ich sechs unserer geliebten Hunde gesehen, wie sie sich alle um einen einzigen Bananenstraute gestellt hatten. Diese Bananenbäume sind natürlich nicht wirklich Bäume, sondern sie haben so schwammartige Stämme und Hunde essen, fressen natürlich keine Bananen. Und deshalb hat es mich natürlich interessiert, warum umzingelten sie alle diese Staude. Denn oben auf dieser Bananenstaute, da war ein Mutteraffe mit ihrem Kind. Und die Hunde haben sich so gefreut. Und das gab keinen Ausweg für die Mutteräffin. Und die Hunde, die warteten nur noch und wollten nicht mehr weg. So I was watching. Und ich guckte mir das an. When I saw the most amazing thing happen. Als ich etwas Unglaubliches beobachten durfte. The mother took her baby off of her and put it on the top of the tree. Die Mutter setzte ihr Baby ab von ihrem Rücken ganz oben auf die Staude. Und dann bückte sie sich. Und dann machte sie einen weiten Satz über die Hunde hinweg auf den Boden. Und sie lief so schnell wie sie konnte. Every dog took off after her. Und alle Hunde rannten ihr hinterher. Wer ist schneller auf dem Boden? Der Affe oder der Hund? Die Hunde sind wesentlich schneller. Das Baby in der Zwischenzeit krabbelte die Staude hinunter und machte seinen Weg und erreichte sein Ziel an einem wirklichen Dschungelbaum. Und ich habe ganz oft darüber nachgedacht. Was wäre geschehen, wenn dieses Baby auf der Bananenstaude sitzen geblieben wäre? Die Hunde wären zurückgekommen. Und das Opfer der Mutter wäre vergeblich gewesen. Und ich denke, das ist eine Lektion für uns drin. Already our sacrifice has been made. That means the sacrifice for us has been made. Und ich denke, viele von uns befinden sich immer noch auf dieser Staude. Verschwendet nicht, vergeudet nicht dieses gewaltige Opfer, das für euch gebracht wurde. You have something to do. Ihr müsst etwas unternehmen. But I know how some people are thinking. Aber ich weiß, wie jetzt einige von euch denken. They say, what is it that I have to do? Was ist es, was ich da tun muss? People ask questions like that. Die Menschen stellen doch Fragen derart. Der reiche Jüngling hat doch so gefragt. Und andere Menschen haben gefragt, was muss ich tun? Petrus wurde gefragt, sogar zu Pfingsten, was sollen wir tun? Heute Abend sprechen wir über Offenbarung Kapitel 3. Und über eine ganz gewaltige, wunderbare Verheißung. Jesus spricht und sagt, wenn irgendjemand meine Stimme hört und die Tür auftut, dann werde ich zu ihm hineingehen. I will fellowship with him and he with me. Und in Luther heißt es, wir werden das Abendmahl gemeinsam halten. Ich mit ihm und er mit mir. Aber wenn wir uns an diesen Vers erinnern, dann vergessen wir häufig den ersten Teil. Wir erinnern uns daran, dass Jesus klopft. Und dass es wichtig ist, dass wir ihm öffnen. Aber da ist in dem Vers noch etwas, was vorher kommt. Welche von euch waren schon mal auf eine Evangelisation oder haben eine Evangelisation gehalten? Entschuldigung, Buch-Evangelisation getan, durchgeführt. Oh, I'm so happy. It looks like maybe a hundred of you. Das sieht so aus, als ob das fast schon hundert von euch gemacht haben, Buch-Evangelisation. Wenn man das tut, Buch-Evangelisation, wenn man dann gerade noch Anfänger ist, dann kann es vorkommen, dass man an der Türe nicht kräftig genug klopft. Sondern es hört sich dann... I'm trying to see if they would hear it there. Die Menschen kommen natürlich nicht zu der Tür, wenn sie dich nicht hören. Selbst wenn sie dich hören, kommen sie ja nicht zur Tür. Aber wenn sie dich nicht hören, kommen sie sicher nicht. Das ist das Gleiche beim Herrn Jesus. Wenn du ihn nicht hörst, kannst du ihn auch nicht reinlassen. Und deshalb möchte ich heute Abend darüber sprechen, wie wir seine Stimme hören können. Er spricht zu einem jeden von uns. Aber nicht jeder hört es. Ich gehe jetzt nicht den Weg, den ihr denkt. Ich werde jetzt hier nicht irgendwelche Eindrücke unterstützen. Ich habe Angst vor Eindrücken. Ich habe nämlich gesehen, wie komisches Verhalten aus Eindrücken entstanden ist. Und ich denke, wenn so Eindrücke in uns entstehen, dann werden wir leicht verwirrt zwischen Gott und Satan und dem, was da so in unserer Vorstellung losgeht. Und die meisten dieser Eindrücke, die da kommen, die da entstehen, haben weder mit Gott noch mit Satan etwas zu tun. Sie sind einfach das Ergebnis eines aktiven Geistes. Also deshalb diesen Weg gehe ich nicht. Einmal war es so, dass A.T. Jones in Battle Creek war. Und sein Freund Wagner war hier in Europa. Und Alan White war in Australien. Und das war natürlich der Moment, wo er leuchten konnte. 1888 war er ja nicht so respektiert worden von den Geschwistern. Aber etwas später, in diesem Moment, da wurde ihm viel Respekt entgegengebracht in der Gemeinde. Also die Predigt stand bevor. Und er begann zu predigen vom Apostel Johannes. Und das, was Jesus dort sagt. Der Text war, meine Schafe hören meine Stimme. Er sagte, seine Schafe kennen seine Stimme. Da heißt es sogar, Jesus selbst hat gesagt, dass die Schafe keinem Fremden folgen werden. Und deshalb sprach Jones jetzt über das Zeugnis des Geistes. Oder die Zeugnisse des Geistes. Und zwar das Schrifttum von Alan White. Und er las einige Aussagen von ihr. Und er fragte sie, hört ihr die Stimme? Und die Hörerschaft sagte, ja, wir hören die Stimme. Und dann las er eine andere Aussage vor. Er fragte sie, hört ihr die Stimme? Und sie sagten, ja. Das war eine schlechte Predigt. Ich möchte euch da was zu sagen. Manche von euch haben kein Recht, an die Gabe der Prophetie zu glauben. Manche von euch, die mögen das Schrifttum von Alan White gar nicht. Sie meidet es. Sie sollten es nicht glauben. Okay. Ja, you don't want to do you. Just listen. Sorry. Jesus sagte, nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten. Er sagte, seid vorsichtig. Und manche von euch waren nicht vorsichtig. Der Grund, warum ihr dem Schrifttum von Alan White vertraut, ist der Grund, dass eure Eltern und eure Freunde daran glauben. Ihr habt es euch selber nie mehr richtig angeschaut. Ihr habt diese Gabe nie geprüft. Und ich denke, wenn das euch beschreibt, dann solltet ihr was nachholen. Ihr solltet das für euch selbst überprüfen, diese Gabe. Denn wenn ihr diese Gabe nicht für euch selbst überprüft, dann denke ich, hat Satan bereits eine Täuschung für euch in petto. Ich sage euch die häufigsten Täuschungen Satans diesbezüglich. Er nimmt jeweils diejenige, die am besten auf euch passt. Typ 1. Das sind die, die ganz besonders darauf achten, wie sie leben. Die, die einen hohen Standard erreichen wollen. Die leiden unter all dieser Rebellion, die sie um sich herum wahrnehmen. Für sie bringt Satan einen neuen Propheten. Das ist so interessant. Nun ist da jemand, der da lebt, der uns sagen kann, was Wahrheit ist. Und was wir tun sollen. Denn klar, wenn man den ersten Propheten nicht kritisch überprüft hat, dann wird man den zweiten auch nicht kritisch überprüfen. Also das ist Trick Nummer 1. Trick Nummer 2. Du entdeckst eines Tages diese Websites, die gegen Ellen White sprechen. Und während du dort liest, dann kannst du nicht glauben, was du liest. Wie um alles in der Welt konntest du jemals dieser Frau vertrauen? Ihr seht einfach Beweis und Beweis, dass sie eine Lügnerin ist und dass sie betrogen hat. Und deshalb schickt ihr gleich eine Facebook-Nachricht diesbezüglich. Und ich will mit diesem Kult nichts zu tun haben. Es gibt entweder den einen Trick oder den anderen, meistens sind es nicht beide gleichzeitig. Mein erster Gedanke für euch heute Abend ist, ihr müsst diese Gabe für euch selbst überprüfen. Ihr sollt sie anschauen. Und ihr solltet niemanden haben, der euch dazu drängt, daran zu glauben. Wenn ihr gerade am Studieren seid, ob ihr euch dieser Gemeinschaft anschließen sollt oder nicht, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Es kann Monate brauchen. Vielleicht manchmal auch länger. Aber ihr müsst Jesus gehorchen. Und er sagte, seid wachsam, seid vorsichtig. Also müsst auch ihr vorsichtig sein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich versuche zu sagen. Weil vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der denkt, ich bin ein sehr schlechter Mensch. Deshalb möchte ich für diesen oder denjenigen etwas sagen. Vielleicht kann ich es euch zeigen in Matthäus 5. Matthäus Kapitel 5 Wir betrachten die Seeligpreisungen. Wir schauen zu Vers 11. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Könnt ihr diesen Segen beanspruchen? Hat schon mal jemand etwas Negatives über euch gesagt, um Christi willen? Schaut euch Vers 12 an. Seid fröhlich und glücklich. Denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Und ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Betrachtet Verse 11 und 12 gemeinsam. Wie wurden die Propheten verfolgt? Seht ihr, wie es geschah? Sie haben allerlei Übles gegen sie oder Schlechtes gegen sie geredet auf falsche Art und Weise. Wie wurden die Propheten verfolgt? Es wurden viele Lügen über sie erzählt. Lasst uns für einen Moment annehmen, dass Ellen White die Gabe der Prophetie hatte. Wie könnte sie verfolgt werden heutzutage? Aufgrund dieses Textabschnitts? Wie könnte es geschehen? In dem allerlei Lügen über sie erzählt werden. Ich sage euch einfach nur, dass das was geschehen ist. Wenn ihr einen Propheten überprüfen wollt, ob er echt ist oder nicht, dann ist es nicht sinnvoll, die Lügen zu lesen, die über ihn gesprochen wurden. Denn wenn man das täte, könnte man sogar bei Jesus herausfinden, dass er ein falscher Lehrer war, wenn man die Lügen über ihn studieren würde. Also wie auch immer du die Gabe der Prophetie überprüfst, du brauchst eine bessere Methode als die eben beschriebene. Das ist das Ende meiner ersten Predigt, es folgen noch zwei. Turn in your Bibles to Deuteronomy chapter 5. 5. Mose 5. Deuteronomy 5 includes the 10 commandments. In 5. Mose 5 finden wir die 10 Gebote. We're looking down at verse 27. Und wir betrachten dort Vers 27. This is the children of Israel speaking to Moses. Und hier sprechen die Kinder Israel zu Mose. They said, you go near and hear all that the Lord our God will say. Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr unser Gott sagt. And you speak to us all that the Lord our God will speak to you. Und sage es uns, alles was der Herr unser Gott mit dir reden wird, das wollen wir hören. And we will hear it and do it. Das wollen wir hören und tun. Ist das etwas Gutes, wenn man so antwortet? Ist es gut, wenn man so antwortet? Wenn man sagt, wir wollen das hören und tun, ist das eine gute Antwort? Das ist doch eine gute Antwort. Schaut euch Vers 28 an. Als aber der Herr eure Worte hörte, die ihr mit mir redetet. Und der Herr sagte zu mir, ich habe gehört die Worte dieses Volkes, die sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie gesagt haben. Jesus gemäß haben sie genau das Richtige gesagt. Das ist ein bisschen ironisch, denn sie sprachen ja mit Mose. Als ob Gott weit entfernt wäre. Und sie sagten, Mose, sprich du mit Gott, wir wollen das nicht, aber sag uns, was du mit ihm besprochen hast. Aber wo war er? Er war genau in unmittelbarer Umgebung und hat gehört. Diese Idee wird euch helfen. Wenn ihr wisst, dass er genau jetzt hier ist. Wenn du weißt, dass er mit dir ist morgen. Dann verlieren Versuchungen ihre Kraft, wenn du das weißt. Wenn ein Mann süchtig ist nach Pornografie. Dann wird er sich nicht damit beschäftigen, während du bei ihm bist, oder? Egal wie stark sein Verlangen auch sein mag, wenn du da bist, wird er das nicht machen vor dir. Er wird es so machen, dass der Computer sozusagen die Ecke anschaut. Und wenn du in diese Richtung gehst, dass du in den Bildschirm schauen könntest. Dann wird er einige Knöpfe ganz schnell drücken, damit man das nicht sehen kann. Er wird nicht auf die Pornos schauen, wenn du da bist. Scham ist eine starke Motivation oder ein starkes Motiv in unserer heutigen Welt. Aber wenn ihr denkt, das ist wahr. Dann ist es doch so, dass jedes Mal, wenn du sündigst. Es scheint, dass du weniger daran denkst, was jetzt Gott denkt, als was Menschen denken. Könnt ihr das nachvollziehen? Aber ihr seid nicht ganz so rebellisch. Die Wahrheit ist, ihr denkt gar nicht über ihn nach. Ihr seid, es ist unbewusst. Und deshalb, wenn ihr daran dächtet, dass er doch bei euch ist, es würde euch so sehr helfen. Also sie sagten das Richtige hier. Vers 29. Ach, dass sie doch solch ein Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang. Auf dass es ihnen und ihren Kindern wohl ginge ewiglich. Seht ihr, was es hier sagt? Wo es heißt, haltet die Gebote. Da sind zwei Worte verbunden. Haltet alle Gebote immer. Alle Gebote immer. Glaubt ihr daran? Alle Gebote immer zu halten. Jesus sagte, wenn sie das täten, dann wäre er in der Lage, sie zu segnen. Aber sie könnten das nicht aus sich heraus. Weil sie ein Herzproblem haben. Das ist, was die Theologen als den alten Bund bezeichnen. Ich meine nicht, dass die Theologen wissen, dass es hier vom alten Bund spricht. Ich meine, die Theologen benutzen die Phrase, sie vielleicht nicht wissen, dass es hier vom alten Bund spricht. Die Theologen verwenden wenigstens diesen Begriff. Vielleicht wissen sie nicht, dass es hier vom alten Bund spricht. Aber das ist hier wirklich der alte Bund. Und wenn man im neuen Bund liest, vom neuen Bund liest, dann sieht man, dass der neue Bund genau dieses Problem löst, was im alten Bund vorherrschte. Im neuen Bund verheißt Gott selbst, dass er das Gesetz, sein Gesetz in das Herz der Menschen schreibt. Er sagt, dass er sein Gesetz dort eingraviert und dass er unsere Unrecht uns vergibt. Das könnt ihr finden in Hebräer 8, wenn ihr das nachschauen wollt. Aber da ist viel Ironie, die mitschwingt. Wenn jemand die Adventgemeinde verlässt und sie sagen, sie werden jetzt ein Christ des neuen Bundes, dann stelle ich mir die Frage, ob sie das wirklich verstanden haben. Was ist der neue Bund? Es bedeutet, dass Gottes heilige Gebote in das Herz geschrieben werden. Das ist die Grundlage für den Gehorsam im neuen Bund. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was hat das denn mit Offenbarung 3 zu tun? Vielleicht hat es keinen Bezug, aber ich wollte euch das sagen. Aber es gibt ja doch einen Bezug. Denn das Volk sagte ja zu Mose, Gehe du und hör dir an, was Gott zu sagen hat. Und dann kommst du zurück und sagst es uns. Und Jesus sagte, das war gut, was sie gesagt haben. Gott benutzt Menschen wie Mose, um mit uns zu kommunizieren. Er gebraucht Propheten. So, wenn man jetzt seine Stimme hören will, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass wir jetzt eine Sinai-Erfahrung machen. Sondern anstelle von Donner und Blitz und Erdbeben, habt ihr das Schrifttum der Propheten. Das heißt, morgen früh, wenn du zu viel zu tun hast, zu wenig Zeit hast, um zu studieren, dann weiß ich nicht, ob du Jesus ins Herz lassen kannst. Denn ihr könnt ihn dann nicht klopfen hören. Ich meine, ihr könnt seine Stimme nicht hören. Also, ich klopfe nicht wirklich an Türen in Malaysia. Das liegt daran, dass in Malaysia die Türen weit vom Haus entfernt sind. Und wenn man da außen an die Türen klopfen würde, dann würde das niemand drinnen hören. Also, deshalb muss man schreien. Ni hao, hallo! Und das bringt die Leute heraus. Das ist so ähnlich wie das Bild hier in Offenbarung 3. Jesus sagt, wenn jemand meine Stimme hören wird, ich möchte noch ein bisschen mehr dazu sagen, dann ist die zweite Predigt vorbei. Vor einigen Jahren habe ich in einer Bibelschule unterrichtet in Arkansas. Und ich habe dort auf die Tafel einen großen Kreis gemalt. Ich hatte dort einen Unterricht über Erziehung. Und zwar, es ging um die Philosophie der adventistischen Erziehung. Und ich habe versucht, ihnen beizubringen, die verschiedenen Kategorien von Ratschlägen, die uns der Herr gegeben hat, bezüglich unseren Schulen. Also, die Studenten hoben ihre Hände. Und dann hatten wir diesen Bereich, wie Gott sich die Schulen vorstellte. Dann, welche Unterrichtsfächer wir halten sollten. Was wir zur Entspannung tun sollten. Und welche Regeln es geben sollte. Welche Bücher verwendet werden sollten. Welche Lehrer angestellt werden sollten. Und für welche Berufe wir Menschen ausbilden sollten. Wie wir mit dem Geld und mit den Studiengebühren umgehen sollten. Und wir waren dann in der Lage, alles nach Gottes Plan aufzuschreiben, aufzuschreiben in diesen großen Kreis, nach den verschiedenen Bereichen, die wir jetzt erwähnt haben. Und einige meiner Studenten, die hatten verschiedene Schulen und Universitäten schon besucht. Und dann ging ich nochmal zu dem Kreis. Und für jeden Bereich fragte ich sie, Was this section being followed, this council being followed quite well in the school you attended. Und dann habe ich sie gefragt, spezifisch, wurde dieser Rat in diesem Bereich des Kreises, in der Schule, wo du warst, befolgt? The answer was no, 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 no. Die Antworten waren nein, 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 nein. Und einer begann schon wütend zu werden bezüglich der Schulen. Und ich habe ihm gesagt, bevor du dich aufregst, möchte ich dir etwas über dich selbst sagen. Man könnte jetzt hier einen kleinen Kreis zeichnen, die Empfehlungen, wie wir Kinder erziehen sollen. Und man könnte all die Kategorien wieder eintragen. Und wenn man dann betrachtet, was du befolgt hast, dann geht es den Schulen besser als dir. Ihr versteht, was ich sagen möchte. Ich werde später fragen, was du gesagt hast. Gott hat uns Ratschläge gegeben, aber hören wir die Stimme? Oh, ich muss zurück zu der Geschichte von A.T. Jones. Also er hat diese Abschnitte vorgelesen. Und dann hat er sich etwas Besonderes ausgedacht. Da war nämlich eine junge Frau, eine Teenagerin in der Gemeinde, Anna Geimeyer. Und sie hatte sehr lebendige, energische Träume. Und ihr Vater sprach immer über geistliche Dinge. Und als logische Konsequenz träumte sie dann auch von geistlichen Inhalten. Das ist, wie es läuft, oder? Eure Träume haben mit dem zu tun, was ihr denkt. Aber ihr Vater, der war ganz begeistert, dass sie jetzt diese geistlichen Träume hatte. Und er ermutigte Anna, sie aufzuschreiben. Und, ähm, ja, das ging nicht so gut. Anna begann dann zu glauben, sie sei eine Prophetin. Und sie schrieb dann ein paar Zeugnisse auf. Und A.T. Jones bekam einige von diesen Zeugnissen in die Hand. Und sie gefielen ihm. Und als er dann vor die Gemeinde trat, dann las er einen Text aus Annas Schrifttum. Und er hat aber der Gemeinde nicht mitgeteilt, dass er jetzt die Autoren gewechselt hat, von Ellen White auf Anna. Und er fragte sie, hört ihr die Stimme? Ich sagte euch, das war eine schlechte Predigt. Das war ein bösartiger Trick. So, of course, they said, yeah, we hear the voice. Natürlich sagten sie, ja, wir hören die Stimme. Ihr müsst vorsichtig sein. Manche Menschen versuchen, euch zu manipulieren. Am nächsten Tag, am Sonntag, A.T. Jones got a letter from Australia. Bekam A.T. Jones einen Brief aus Australien. It had been traveling for a couple weeks already. Dieser Brief war ja schon bereits einige Wochen unterwegs. And it rebuked him for what he had done the day before. Und es tadelte ihn für das, was er am Tag zuvor getan hatte. Also nächste Woche, A.T. Jones trat wieder vor die Gemeinde. Und dann bekannte er, dass es verkehrt gewesen war, was er einen Sabbat zuvor verkündigt hatte. Ihr seht, gerechte Menschen fallen, aber sie können es auch wieder in Ordnung bringen. Sie hören dann auf, gerecht zu sein, wenn sie aufhören, Fehler oder Sünden wieder in Ordnung zu bringen. Das ist das Ende der zweiten Predigt. Schlagt eure Bibeln auf in 1. Korinther Kapitel 1. Ich habe einige herauslaufen sehen. Lasst mich klarstellen. Ich habe noch eine Predigt für euch. Seid ihr schon in 1. Korinther 1? Vers 5. For as the... Oop, just a minute. That in everything you are enriched by him in all utterance and in all knowledge. Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Jesus was blessing the Corinthian Church. Jesus segnete die Korinther Gemeinde. He was doing it in such a way, that they ended up knowing more and they had enriched speech. Er machte das so, dass sie mehr Erkenntnis gewannen und dass sie in ihrer Sprache bereichert wurden. Schaut Vers 6 an. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. You can do your explanation there. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden und wörtlich wäre hier zu übersetzen, anders als bei Luther, denn die das Zeugnis von Christus ist in euch kräftig geworden, wie Elberfelder und Schlachter sagen. So this is basically the same phrase you see in Revelation. Also das ist der gleiche Ausdruck im Prinzip wie in der Offenbarung. Das Zeugnis Jesu Christi. You know the phrase that says the testimony of Jesus is the spiritual prophecy. Ihr kennt diesen Ausdruck in Offenbarung. Das Zeugnis Christi ist der Geist der Weissagung. And this verse says that this testimony was confirmed in the Corinthian church. Und ihr seht, dass dieses Zeugnis hier bekräftigt wurde in der Gemeinde zu Korinth. Look at verse 7. Schaut auf Vers 7. So that you are not lacking any gift. So that you are not lacking any gift. So that you are not lacking any gift. Seht ihr, dass dieses Zeugnis eine geistliche Gabe ist. And the Corinthian church had it. Und die Korinther sie besaßen. If I had a marker board here, I draw a picture for you. Wenn ich jetzt eine Tafel zur Verfügung hätte, würde ich ein Bild euch malen. So I'm going to draw it in the air. Also male ich jetzt in der Luft. Let's say this circle represents all the churches that receive a letter from the Paul. Lasst uns mal annehmen, dass dieser Kreis für all die Gemeinden steht, die von Paulus einen Brief erhalten haben. And here's a circle that represents all the churches mentioned in the book of Acts. Und jetzt haben wir hier einen Kreis, der für alle Gemeinden steht, die in der Apostelgeschichte erwähnt werden. The intersection of these two circles are churches that receive a letter from Paul and also are mentioned in the book of Acts. Und wo diese beiden Kreise sich überschneiden, diese Schnittmenge, stellt die Gemeinden dar, die in der Apostelgeschichte erwähnt wurden und von Paulus einen Brief erhielten. Und da gibt es ganz viele Gemeinden in dieser Schnittmenge. Aber jetzt verändere ich den zweiten Kreis. Es sind jetzt Gemeinden gemeint in diesem zweiten Kreis, die in der Apostelgeschichte erwähnt werden und die einen lebenden Propheten haben. Athens is one of, not Athens, Antioch is one of those. Antioch ja in Syrien ist ein Beispiel. Jerusalem is one of those. Jerusalem is one of those. But you know, in this intersection there is only one church. Aber in dieser Schnittmenge, in dieser neuen Schnittmenge befindet sich jetzt nur mehr eine Gemeinde. It's the church of Corinth. Und das ist die Gemeinde zu Corinth. That's the only church in the book of Acts that has a living prophet that also receives an epistle. Das ist die einzige Gemeinde, die in der Apostelgeschichte erwähnt wird, einen lebendigen Propheten hat und von Paulus einen Brief bekommt. Und nun in der Einführung zum Korintherbrief lesen wir etwas darüber. Warum hatten sie diese Gabe? Vers 7. Denn dort heißt es am Ende, sie warteten nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Wie nennen wir Menschen, die auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christi warten? Der Grund also, warum die Korinther diese Gabe der Prophetie erhielten, war, dass sie Adventisten waren. Erkennt ihr das? Schaut euch Vers 8 an. Da heißt es, Jesus wird euch auch fest erhalten bis ans Ende. Also diese Gabe der Prophetie, wie sie sich manifestierte in der Gemeinde zu Korinth, ist auch ein Zeichen der letzten Zeit. Warum? Vers 8. Dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und ihr fragt euch nun, was? Untadelig. Ich sollte euch meine Erfahrung mitteilen. Ich habe ein Buch gelesen von George Knight. Und er erwähnte da etwas, was mir seltsam vorkam. Es handelte von der Perfektion oder von der Vollkommenheit des Charakters. Er sagte, dass die Lehre darüber nicht eine biblische Lehre ist. Er sagte, es kommt vom Schrifttum von Ellen White. Wohl. Nun, das war an und für sich schon ein ganz heftiges Statement. Wenn das stimmt, dann bevorzuge ich, das nicht zu lehren. Denn ich möchte aus diesem Buch predigen. Deshalb habe ich das ein bisschen mehr für mich selbst studiert. Und ich schaute jede einzelne Bibelstelle an, wo das Wort vollkommen in der Bibel vorkommt. Wisst ihr, zu welcher Schlussfolgerung ich kam? Die Bibel verwendet dieses Wort nicht in irgendeiner besonderen Verbindung zur letzten Generation. Ich meine, ganz klar, Jesus hat von jeder Generation zu jeder Zeit einen gleich hohen Standard erwartet. Aber es ist nichts ganz Spezielles für die letzte Generation. Das war interessant für mich. Und dann fand ich Verse wie diesen. Und dann habe ich nach anderen Wörtern gesucht. Wörter wie untadelig. Faultless. Ja, fehlerlos ist nicht verständlich. Ja, also ohne Flecken, fleckenlos. Vollständig geheiligt. Und als ich nach diesen Wörtern schaute, dann fand ich ganz viele Texte. Und sie hatten alle mit diesen Menschen zu tun, die auf Jesus kommen warteten. Und ich fand heraus, dass George Knight Unrecht hatte. Aber sagt ihm das nicht, dass ich das gesagt habe. Ich meine, ihr könnt das machen, wenn ihr wollt. Ich möchte sagen, wir machen alle Fehler. Und ich rechne ihm das jetzt nicht schlecht an, dafür, dass er einen Fehler gemacht hat. wie ihr das translated hätte, aber irgendwie hast du einen Weg gefunden. Also, was ihr hier in Kapitel 1 sehen, ist, Die Gabe der Prophetie wurde der Gemeinde zu Korinth gegeben, weil sie auf Christi kommen warteten. Und die Gabe der Prophetie würde auch gegeben werden in der Endzeit, denn Gott wünscht sich ein Volk, das da untadelig ist, wenn er erscheint. Schaut euch an 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Because I like Adventist history, denn ich liebe oder mag Adventgeschichte, and when I look in history, und wenn ich die Geschichte betrachte, it looks like about 65 years ago lots of people were discouraged. Dann sieht es so aus, als ob vor 65 Jahren etwa eine ganze Menge Menschen enttäuscht wurde. Let me describe the nature of their discouragement to you. lasst mich kurz diese Enttäuschung genauer beschreiben. They believed that the last generation would in fact become perfect in character. Sie glaubten, dass die letzte Generation in der Tat vollkommen würde oder vollkommen sein würde im Charakter. Und sie glaubten, dass dann die Gnadenzeit endeten. Und wenn das geschah, und man das Ziel nicht erreicht hätte, dann würde man sich in großen Schwierigkeiten befinden. Und wenn man das so glaubt, dann ist das okay vielleicht für ein oder zwei Jahre. Denn wenn man loslegt, dann kann man sich vielleicht noch vorstellen, dass man in drei, vier Jahren vollkommen ist. Aber nach ungefähr 25 Jahren, da ist das entmutigend. Denn man macht keinen Fortschritt. Und irgendwann schließt die Gnadenzeit. Oder man stirbt. Was das Gleiche bedeutet. Seht ihr, wie das enttäuschend ist? Und das hat viele enttäuscht. Inklusive George Knight. Er hat über seine eigene Erfahrung geschrieben in seinen eigenen Büchern. Ich möchte jetzt mal davon ausgehen, ihr seid die Gemeinde von vor 65 Jahren. Und ich predige zu euch jetzt für nur sieben Minuten. und löse das Problem. Seid ihr in 1. Thessalonicher 5? Seht ihr einige kurze Verse hier aneinandergereiht? Like verse 16 and 17 and 18 and 19? Vielleicht wie Verse 16, 17 und 18? The subject of all those verses, as in subject verb, the subject of all those verses is you, the person doing the action. Das Subjekt in all diesen Versen ist du. So who should rejoice in verse 16? Wer sollte fröhlich sein? You should rejoice. Also du oder ihr. Im Deutschen ist es ihr. Who should pray in verse 17? Wer sollte beten ohne Unterlass in Vers 17? You should pray. Who should give thanks in verse 18? Wer sollte in allem Dank sagen? That's you. Who should be careful about the spirit in verse 19? Wer sollte acht haben auf den Geist? That's you. Ihr. Who should be respectful to prophesying in verse 20? Wer sollte prophetische Rede nicht verachten? You should. Ihr. Who should prove everything in verse 21? Und in Vers 21, wer sollte alles prüfen? That's you. Ihr. Who should avoid the appearance of evil? Wer sollte das den Anschein des Bösen meiden? You. Ihr. If you have a girlfriend, wenn du eine Freundin hast, should not be outside alone after dark with her. Dann solltest du nicht allein mit ihr draußen sein, wenn es dunkel wird. Right. Richtig. Right. Richtig. It's in verse 22. Das ist in Vers 22. Now notice the change in verse 23. Beachtet den Wechsel in Vers 23. Who is, what's the subject in verse 23? Wer ist das Subjekt des Verses 23? It's God in heaven. Es ist Gott im Himmel. It says the very God of peace sanctify you completely. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch oder vollständig, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Was ist das Adverb in diesem Satz? Completely. Vollständig. In the King James it says holy. Vollständig in the King James. You can translate that, sorry. But, never mind. Completely. Vollständig. I know a lot of people don't even believe that's possible. Ich weiß, einige von euch wollen das gar nicht wahrhaben, dass das überhaupt möglich ist. I'm not sure if they think they're going to sin in heaven or not. No, that's not true. I know they don't think that. Ich weiß nicht, ob sie denken, dass man im Himmel einfach weiter sündigt. Nein, das wollte ich nicht sagen. But certainly God can accomplish what he aims to do. Aber ganz sicher kann doch Gott tun, was er will. But let's read verse 23. Lasst uns Vers 23 lesen. And the very God of peace sanctify you completely. Er aber der Gott des Friedens heilige euch durch und durch oder vollständig. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless into the coming of our Lord Jesus Christ. Und ich bitte Gott, dass er euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und tadelig bewahre. That word preserved means something. Dieses Verb bewahren bedeutet etwas. It means that you reach that state of complete sanctification before Christ comes. And then you're preserved that way until he comes. Now suppose you're getting angry right now. Please for a minute just look at the verse and see if it's there. If it's in the verse, don't be mad. Wenn es in diesem Vers steht, werdet nicht verrückt. If it's not in the verse, you can be angry. But who is the subject in verse 23? Aber wer ist das Subjekt in diesem Vers? Wer handelt hier? That's God. Das ist God. A lot of you have small children. Viele von euch haben kleine Kinder. Either that or one of you has a lot of them. Und der eine oder andere von euch hat sogar viele von ihnen. Imagine you have about a seven-year-old girl. Stellt euch vor, jemand hat eine sieben Jahre alte Tochter. And she's a pretty good girl. Und sie ist ein ganz liebes Mädchen. Are you going to ask her to prepare the special meal for the honored guest that comes tomorrow? Würdet ihr sie bitten, das besondere Essen vorzubereiten für den Ehrengast morgen? Und würdet ihr das vollständig überlassen? Plan the menu, get the ingredients, make the dessert. Die Speisekarte erstellen, alle Zutaten bereit tauen und dann vorbereiten? Wenn ihr jetzt ja sagen wollt, dann bitte nicht laut, das ruiniert meine Illustration. Das ist zu viel für eine Siebenjährige. die kommt damit nicht klar. So you might let her wash the lettuce. Also könnt ihr sie den Salat waschen lassen. Or you might let her harvest the radishes. Oder ihr könnt dafür sorgen, dass sie die Radieschen erntet. Or maybe she'll set the table. Oder vielleicht kann sie den Tisch decken. You'll give her jobs that match her. Ihr gebt ihr doch Aufgaben, die sie auch vollbringen kann. Aber dieses große Vorhaben, dieses große Projekt, it's even heavy for you. Das ist sogar für dich eine Herausforderung. If you're a lady, it disturbs your sleep. Wenn du eine Dame bist, dann schläfst du sogar schlecht davor. If you're a man, it doesn't disturb your sleep. Nicht, wenn du ein Mann bist. Aber es ist ein gewaltiges Vorhaben. Und das überträgt man nicht einer kleinen Siebenjährigen. Ich möchte doch etwas illustrieren. Gott kennt doch unser Leben. Er bittet uns, den Tisch zu decken. Er bittet uns, den Salat zu waschen. Er gibt uns Aufgaben, die wir vollbringen können. Er sagt, du solltest beten. Du solltest dankbar sein. Du solltest die Geister prüfen. Du solltest nicht allein mit deiner Freundin draußen sein, wenn es dunkel ist. Er gibt dir Aufgaben, die du vollbringen kannst, die zu dir passen. Aber dieses große Projekt, wisst ihr, wem er die Aufgabe gibt? Er legt sie auf seine eigenen Schultern. schafft. Ihr müsst und sollt euren Teil tun. Aber sorgt euch nicht darum, ob er seinen Teil schafft. Er kann es tun. Ich denke mir jetzt gerade, manche Menschen, wenn sie das lesen, Paul war worried, sie nicht erkennen, die Veränderung in Subjekten. Paulus mag sich selber schon gedacht haben, dass dann einige nicht mitbekommen, dass hier das handelnde Subjekt wechselt. Also schauen wir noch mal auf Vers 24, 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Was? Sanctify you holy. Preserve you blameless. Increase your love, even though iniquity is all around. Give the gift of prophecy to the church, so you can be ready. He can do his part. But the irony is, he has given that gift already. Er hat diese Gabe bereits gegeben. We have the testimonies, that were given so we could be ready. When your children are 18, is not the best time to read child guidance. When your children are 18 years old, it's not the best time to read child guidance. When you have been married three years, it's not the best time to read Adventist home. When you been married three years, it's not the best time to read Adventist home. And if you're a teacher, do you know the book education? And if you are a writer, do you know counsels to writers and editors? And if you're a musician, do you know the voice and speech and song? good doctor, have you read ministry healing? Have you read the way to health? Have you read it? Okay. These things are important. That is important. If God has given us information, when God gives us information, it's an opportunity, then is it an opportunity, for him to fill our heart, for him to use us well, for him to use us well. And if we don't even make ourselves aware of the counsel, and if we don't even make ourselves aware of the counsel, we don't even hear his voice, we can't let him in, then we can't let him let him in. So I'll just say some things, because that's what I'm going to do. There ought to be less German children attending public schools. It's not because you're following God's counsel, that your children are going to a public school. Es liegt nicht daran, dass ihr Gottes Ratschlägen folgt, dass eure Kinder auf die öffentliche Schule gehen. I'm not saying that you're rebellious. I'm saying you haven't even heard the voice. But if you would listen to the voice, it would be appealing to you not to risk your children. I mean, the risk is very serious. Ich meine, das Risiko ist enorm. So if you look back, wenn ihr zurückschaut, zurückblickt, you'll see that out of twenty children that go through the public system, dann würdet ihr sehen, dass von zwanzig Kindern, die die öffentliche Schule besuchen, die die Gemeinde besuchen, wenn sie noch ganz klein sind, wenn sie dann schließlich fünfundzwanzig Jahre alt werden, dann sind nur noch drei oder vier in der Gemeinde. I don't know what you're going to blame that on. Ich weiß nicht, wie man hier beschuldigen kann. Maybe you'll blame it on the church. Vielleicht die Gemeinde. Or you'll blame it on yourself. Oder dich selbst. But I'll tell you, if someone was following the councils about education, wenn jemand den Ratschlägen folgen würde des Buches Erziehung, we'd still have sixteen of those twenty, dann hätten wir noch sechzehn der zwanzig in der Gemeinde. And they would be full of zeal and energy. Und sie wären voll von Eifer und Energie. And the work would be finished in short order. Und das Werk würde ganz bald beendet. The ninth commandment says thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Think about it for a minute. It's worded well. Suppose I say about you. You're a delightful audience. You listen carefully. That may or may not be true. Some of you do and some of you don't. But if I say it, I'm not breaking the ninth commandment. Because I'm speaking well all of you. I can spread my compliments widely without being careful. I can say this is a good doctor. Even though it's possible. I think I understood that German. Even though it's possible that he has a corrupt heart. I don't need to investigate before I say something nice. I can be a little bit wild with the nice things I say. I can just risk giving compliments. you can say to your wife. You're a very kind woman. Even if you're not sure that she really is. You don't have to investigate. You can be kind that way. but you can't flip this coin over. If I said about you, you're a bunch of proud, selfish brats. I am violating the ninth commandment. Even if it's mostly true. we are not allowed to just scatter that kind of comments widely. Es ist uns einfach nicht erlaubt, solche Kommentare weit zu streuen. We are not permitted to bear false witness against our neighbor falsely. Es ist uns nicht erlaubt, falsch Zeugnis zu reden gegenüber unserem Nächsten. So let me make the application. Nun zur Anwendung. For what may you accuse the Roman Catholic papacy? For what darf man die römisch-katholische Kirche beziehungsweise das Papsttum anklagen? If you attack, if you accuse the papacy of persecuting God's people, wenn man die, das Papsttum anklagt, dafür Gottes Volk verfolgt zu haben, then you have Daniel 7 behind you. Dann hast du Daniel 7 auf deiner Seite. So you're not going to be a violation, you won't be in violation of God's law. Dann übertrittst du nicht das Gebot Gottes. If you accuse her of speaking blasphemies, you have Daniel 7 behind you still. Und wenn du sagst, sie hat Blasphemien geäußert, dann hast du immer noch Daniel 7 auf deiner Seite. If you accuse her of changing the law of God, wenn du sie anschuldigst, das Gesetz Gottes verändert zu haben, or trying to do that, Daniel is still behind you. Dann ist Daniel immer noch bei dir. Aber wenn du sie beschuldigst, den Islam begonnen zu haben, you're on your own. Dann bist du allein. Either it's true or it's not. Egal, ob das ja war es oder nicht. Aber how do you know? Aber woher weiß man das? If you're not sure, wenn du dir nicht sicher bist, you better not risk it. dann riskierst lieber nicht, das zu sagen. Und wenn du einige Monate brauchst, um das herauszufinden oder belegen zu können, dann ist es das nicht wert. Du kannst die Kirche anklagen der Gründe, die in Daniel genannt sind. Das ist ausreichend. Das ist mehr als genug. Was versuche ich zu sagen? Viele Deutsche sind tief in den Verschwörungstheorien drin. Ich sage nicht, dass du notwendigerweise verkehrt sind. Ich möchte nur sagen, du bist dir vielleicht nicht so ganz sicher, ob sie richtig sind oder nicht. Und du kannst das vielleicht auch nicht wirklich nachvollziehen oder belegen, ohne Monate von Studium zu opfern. Und selbst dein ernsthaftes Studium über Monate ist immer noch so ein bisschen verdächtig. Denn wenn du diesen Menschen endlich identifizieren kannst, der das besagte vermeintliche Dokument selbst gelesen hat, woher weißt du, dass er kein Lügner ist? Ich meine, es gibt eine Menge Lügner da. Viele von ihnen. Besonders dann, wenn sie damit Bücher verkaufen können. Ich sage nicht, dass du deshalb verkehrt legst. Ich sage nur, erinnere dich an das neunte Gebot. Brich es nicht für irgendetwas. Es ist nicht wert, so ein Risiko einzugehen. Wenn du jemanden anschuldigen musst wegen Sünde, dann tue es, weil du selbst Augenzeuge bist. Oder weil du zwei Augenzeuge kennst. Und du ihren Charakter kennst. Oder aufgrund der Bibel, der du vertraust. Aber wenn du das nicht hast, ganz offen, dann hast du viel besseres zu tun, als jemanden anzuklagen. Seid ihr nun verrückt auf mich? Das ist in Ordnung, wenn ihr das seid, aber ich möchte euch nur spiegeln, dass ich sensibel bin. Es ist nicht natürlich für mich, sensibel zu sein. Das kostet mich Mühe. Aber was ich versuche zu sagen, ist, verbreitet nicht Verschwörungstheorien, denn ihr wollt nicht Gebot Nummer 9 brechen. Denn dieses Gebot ist heilig und gerecht und gut. Gibt es hier vielleicht wenigstens eine Person, die mich versteht? Okay. Ich denke, ich werde nur noch kurz zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben und dann bin ich am Schluss. Wir haben drei Predigten gehört. Wenn du auf dem Baum bist und das Opfer wurde bereits gebracht, vergeude es nicht. Ich meine, die Musik spielt jetzt nicht und ich werde keinen Aufruf machen. Ich war sehr glücklich, als ihr heute Morgen kamt bei dem Aufruf. Das hat mir gut gefallen. Aber stellt euch für einen Moment vor, dass hier vielleicht noch drei oder vier sind, die nicht gekommen sind, obwohl sie hätten kommen sollen. Ihr könntet selbst jetzt von der Staude runterkommen. Was müsstet ihr tun? Es ist nicht kompliziert. wenn ihr es braucht, dass Gott etwas für euch tut, nämlich sein Gesetz in euer Herz zu schreiben, dann betet darum. Bittet um seinen Heiligen Geist. Er ist sehr glücklich, er hat Freude daran, das zu tun. Glaubt, dass er seine Verheißungen einhält und ihr könnt sicher gehen, dass er das tut. Ist sein Joch hart oder sanft? Es kommt darauf an. Wenn du schwer beladen bist an Sünde, und damit kämpfst, sein Werk zu tun und nach einer Heiligkeit des Lebens trachtest, dann findest du heraus, dass sein Evangelium dein Joch leicht macht. Es ist ein leichtes Joch. Aber wenn du denkst, du bist ganz in Ordnung, du in das Königreich Gottes nichts wird dich zu sehr aus der Ruhe bringen. Du hast die Gewissheit in Christus, dann befindest du dich in so großer Gefahr, dass du ein Donnererlebnis brauchst, um aufzuwachen. Du brauchst etwas Ernsthaftes, das dich aufhält, bevor du stirbst. Es ist ein großer Notfall und dann ist es nicht für dich, dass du sagen kannst, das Joch ist leicht. Es gilt dir nämlich, das Kreuz auf dich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Ihr versteht, sein Joch ist leicht, wenn du es schätzt. wenn du es tragen willst, wenn du es nicht trägst, dann ist es sehr schwer, bis du dich hingibst. Wie war das nochmal mit dem neunten Gebot? Brich es nicht. Amen. Lasst uns niederknien zum Gebet. Unser Vater im Himmel, ich beanspruche die Verheißung, dass du beides bist, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. bitte bewege die Menschen hier, dass sie junge Menschen erziehen nach deinen Ratschlägen. Und offenbare uns unseren Teil des Werkes. Bereite uns vor für das baldige Kommen Jesu. Ich bitte das im Namen Jesu. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020